Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen YouTube-Kanal. Auf diesem Kanal werden in regelmäßigen Abständen Videos zum Karpfenfischen kommen. Es werden auch ab und zu kurz Clips hochgeladen. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim ersten Video. So, der erste Fisch 2014 ist nun gelandet. Es ist ein elfhündiger Schuppi, gebissen auf den Banana & Spice Body von Stragibait. Der kommt jetzt natürlich wieder zurück. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wie im Hintergrund ganz gut erkennbar ist mein Gewasser jetzt leider zugefroren. Die Folge 1 ist daher nun beendet. Ich konnte schon einige schöne Fische überlisten, wie ihr sehen konntet. Über ein Feedback oder eine Bewertung würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns in Folge 2 wieder.